Na komm, wegen willst du angreifen. Oh, mich. Okay. Nein, komm! Verdammt, ey, wie lang braucht der, bitteschön? Das ist doch nicht mehr normal. So, ja komm, dann mach deinen elektrischen Angriff. Ah ja, komm. Hör auf zu brüllen. Äh. Ah ja, komm, komm. Genau, greif Cha-Cha an. Genau, weich mal ein bisschen weiter zurück. Mensch, es läuft grad im wenigstens... Oh, verdammt. Cha-Cha, kommst du bitte wieder? Oh, fuck. Oh, fuck. Cha-Cha, Cha-Cha, Cha-Cha. Halt dich mal ein bisschen schneller, bitte. Ich wusste gar nicht mehr, dass der so einen Angriff auch drauf hat. So, Cha-Cha, kommst du bitte? Äh. Oh, ist ja aufgeladen. Boah, Schränk ab. Kommt, jetzt will er bestimmt mich angreifen, natürlich. Oh, jetzt will er okay. Oh gut, dann kann ich wenigstens in die Ration einsetzen. Ach, ich hab ja auch noch die Blitzbombe. Irgendwie will ich die aber nicht einsetzen. So, hoffentlich geht er jetzt auf Land. Dann läuft's definitiv besser. Okay. Ja, komm, dafür bist du zu weit weg. Und, und, und? Ja, er will landen. Wunderbar. So, und jetzt... Die Chance müssen wir jetzt nutzen, um richtig viel Schaden zu machen. So. So, mal gerade Ausdauer aufladen. Naja, rutscht du mir. Äh, Cha-Cha, kommst du? Na, komm. So. Na, komm. Oh, das gibt's doch nicht. So. Ah, verdammt. Ja, komm, brüll noch 10.000 Mal. Mensch. Was ist das für ein feiger Jäger? So, kommst du jetzt mal ein bisschen hin. Perfekt. Drehst du dich schon zur Stadt schauen am besten? Perfekt. Komm, ich will deinen Schwanz wenigstens abhaben. Oh. Okay, da wollte er gerade abhauen. Tja, hat er wohl Pech gehabt. Das ist natürlich nicht gut. Verdammt. Na komm. Aber wenigstens noch den Schwanz erwischt. Das wäre natürlich toll, wenn wir den Kopf noch erwischen würden. Verdammt. Paige doch besser die andere Rüstung angelassen. Ich verliere einfach zu viel Ausdauer. Oh, komm, hör auf, hier rum zu prüllen. Genau so mit dem Kopf laufen. Oh, wenn der jetzt nirrt. Oh, okay. Dass die immer mit dem Kopf so hin und her zappeln müssen. Mensch, 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 Mensch. Ich glaube, ich benutze jetzt mal die Blitzbombe. Ich hoffe mal, dass ich dem genug Schaden jetzt gemacht habe, halt. Dass er sich jetzt auf Gebiet 10, 11 und so zurückzieht. Oh, komm. Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Mensch, 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 Mensch. Und? Was macht ihr denn jetzt? Komm, ich will die Brust noch kaputt machen. Oh, ich hab die Brust kaputt gemacht. Oh, das ist super. Oh, dass der mich echt noch erwischt hat. Oh, er hat schon ab. Okay. Oh, da bin ich froh. Zwei von wie vielen? Vier Stellen gebrochen. Jetzt muss ich noch den Kopf, glaube ich, erwischen und den Rücken. Definitiv kaputt machen. Oder hab ich einen Kopf? Nein, den Kopf hab ich definitiv nicht. Also, meine Ausdauer ist so verdammt schnell weg. Das gibt's doch nicht. Was für ein geiler Ausweich, was war das denn? Hm, ich tritt mal einen Schritt schneller in irgendeine Richtung. Das nennt man super Ausweich. Ach, verdammt. Na komm, jetzt müssen wir als nächstes passieren. Nein, Quatsch haben. Danke, hey. Na komm. Na komm. Jetzt mach ich halt einen kleinen Angriff nicht. Na komm. Na komm. Schöne kleine Angriffe. Muss ich halt so versuchen, den Kopf kaputt zu kriegen. Wenn ich, wenn der sowas macht. Na ja, wenigstens geht der Eisschaden durch, wenn ich abpralle. Ja komm, halt dir die Ohren zu. Jetzt läuft der eh weg. So, mal gerade schnell nachwitzen. So, hoffentlich geht der jetzt schon direkt in die Beat 11. Und was macht er? Ja, er geht zu Beat 11. Ach, Gott sei Dank. Das heißt, so weit sind wir nicht mehr vom Sieg entfernt. Hoffe ich mal. Trotzdem will ich noch gerne wenigstens den Kopf und den Rücken kaputt machen. Na komm. Ja, ist echt ärgerlich, dass ich nicht direkt doch lieber die Loot-Rot-Rüstung angehabt gelassen habe. Ja, ist egal. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Na komm. Ich will es nicht erst mal wieder brüllen. Natürlich. Ich habe ganz doll Angst unter Wasser davor. Ach komm schon. Ah, das gibt es noch nicht. Oh mein Gott. Da wurde ich von einem kleinen Stromschlägchen noch erwischt. Und das hat natürlich ganz doll Auge gefahren. Hat er mich jetzt erwischt? Okay. Okay. Nein! Ich wollte sprinten und ich habe vergessen, dass ich die Waffen schon gezogen habe. Na, so big. Na komm. Greif einmal Cha-Cha bitte an als nächstes. Nein, greifst du mich natürlich an? Wohin ziehst du dich bitte schon gerade zurück? Danke. Ja, genau. Drück mich mal einfach schön. Kollisionsabfrage nicht so toll, aber naja. So, greif ich mich an. Boah, komm. Oh, Gott sei Dank. Er rumpelt schon. Gut, dann brauche ich den Haltrang doch nicht mehr. Puh. Wenigstens doch geschafft zum ersten Mal mit Doppelklingen. Na komm. Machen wir es schneller. Er springt jetzt eh wieder raus. Wum. ... Machen wir es. Ja. city. $1,0123. Wir machen toilets hier. Was ist ein Doppelkling.